Ich habe so eine Pole Position, aber das ist einfach das Mönchsky-Sektor geklappt. Hä? Warte mal. Ja, jetzt zeichnet er einfach hin. Wo geht er hin? So gut. Oh, ich bin ja auch schon mal gerannt am Anfang. Erster FC Köln. Wow, Alter! Erster FC Köln. Alter, ich werde doch gerade voll überstellt. Oh, das war ein Bullett. Oh, nicht ein Bullett. Banscher. Ich habe schon die Dämpfung von Frogstaat. Nein, nicht mehr. Bring mir das Zeug. Haha, nein. Erster FC Köln. Oh, der Mini. Sorry, Mini. Oh, Alter, der Mini. Haha, ich werde einfach keine Autos weggerannt. Oh, sorry Simi. Ich bin nicht mal berührt. Ah, ok. Ja, bei mir habe ich das Volkrand. Ich habe schon einen Goldigen. Volkrand nicht, aber ich habe die Mini. Oh! 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 Genau! Genau! Der Jeep Brand ist einfach schön von mir her. Nein, warum bist du unser Bruder? Oh, Alter! Oh, der fliegt rein! Oh, der fliegt rein! Oh! Der überschloss er ans Heine. Wie geht das? Suche! Was suchst du? Ich hoffe nachdem. Willst du, dass ich deine Familie verkehre oder was? Ah ja, voll! Du Hude! Was weißt du? Willst du, dass ich deine Familie verkehre oder was? No, I can't do it! Der ist so scheisse. Du hast deinen Auswahl verpasst. Ich bin der Erster. Ich werde auch meinen Fotos geladen. Ich muss der Erster werden. Ich brauche Geld. Ah, ich bin der Erster. Ja, ich verfalle, Manni. Dann haben wir noch... 150. Ja, knapp 110. Ich kann dir gleich mal 100. Doch, jetzt habe ich ca. 100.000 mit dabei. Hey, Alter! Schwarz-Rot-Zenthorn. Ja! Ich habe noch ins Auto fliegen gesehen. Der haut mich auf. Und Bungie haut mich auf. Oh, shit! Ja, Bungie. Hey, wenn du mehr rammst, du siehst. Du, Basel. Darf ich uns nachlesen? Danke, Mutter. Ich weiss, ich muss ich. NBA. So eine Basketballer-Fan. Willst du noch ein bisschen sagen? Willst du noch das World Wide Web grüßen? Nein. Okay. Es ist einer gerammt. Ich bin dorthin schlott einer quer. So eine Bungee, ja. So eine Bungee, ja. Ich habe sie noch nicht gerammt. Ich bin ihm einfach in den Arsch ein bisschen eingefahren. Wird jetzt falsch, aber das ist leider so passiert. Und dann ist er in den Graben, aber... Also ins Auto meine ich. Machen wir. Ich weiss. Es ist neben dir ein schwarzer T- Ja. Es war schwarz-rot. Rammt der! Der rammt mich aber auch nicht. Aber er hat mich gerammt. Ja, aber ich brauche keinen Feind in dem Game. Ich muss erst so werden. Ich brauche Kollegen. Ah, là là là, là là là, là 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 là. Ah, da hinten kommt noch mal so ein T20. Ah, das ist sicher der, der gerammt für dich. Ah! Ah! Nein! Alter! Ich habe einen Schiss gehabt. Ich hatte einen Schiss. Er hat mein Auto drüber gerollt. Er ist drüber gerollt. Der Goliath ist geboren. Alter, wie er gefangen hat, ist er einen Schiss bekommen. Er hat sich so angesetzt zu brammen. Dann putzt er ihn einfach weg. Der Stein hat ihn fertig gemacht. Er ist gekannt. Hat er ihn selber ausgenommen? Den Bungee habe ich vorher ausgeschlossen. Aber nicht extra. Ja, er hat sich selber ausgeschaltet. Ich habe ihn nicht gerannt. Oh ja, Windschatten! Oh ja, Windschatten! Oh! Jetzt sind alle weg. Jetzt kommt er wieder. Er kommt. Er kommt. Es lebt. Oh! Der Freddo! Der Freddo! Der Freddo! Freddy! Oh nein! Ah, das ist ein Centorno. Jetzt ist er. Er ist ein Zeichpark geworden. Du, du, ich weiß es. Du, du vertannten. Der Freddo! Der Freddo! Der Freddo! Ich hab das gemerkt. Ich hab das gemerkt. Ja, ich hab das gemerkt. Ich musste gerade durchfahren. Oha! Und dann ist auch der Rechtsabbauch. Dann musst du auf sein. So gut. Wer ist der Erste? Der Kid Kadi. Der stirbt jetzt. Wer? Kid Kadi. Der NBA Der mit dem Banshee Keine Ahnung, ich habe das Auto nicht gesehen. Woh! Wer zum Heckverwünsch? Woh, der Pisschen! Alter! Woh, Alter! Jetzt ist er über die Brücke runter. Woh! Er ist über die Brücke. Auch schön. Was für ein Spektakel hier. Was ist das für ein Klon? Den haben wir noch nie gesehen. Wer? Das ist ein Underdog. Ja, wie sieht er aus? Vorrang Schrot. Was? Vorrang Schrot. Er hat bis jetzt Monete. Underdog. Ja. Alter! Der legt so verdammt. Aber der fang plötzlich gerade aus weiter. Alter! Der legt verdammt. Was läuft? Der manipuliert mein Spiel. Nein, das ist jetzt aber ungeniedert. Ja. Alter, irgendwie. Die Autopforte. Nein. Nein. Wir fahren dann auch anders recht. Echt super hier. Also, vor allem. Ein Fahrer legt bei mir wie ein behinderter. Der Underdog? Nein, nein, nein. Der hintere. Wow, Alter! Warte! Was läuft hier? Der vollfliegt das Auto. Alter, der fliegt wirklich das Auto. Was ist jetzt da los? Was geht los da rein? Ach, ich wollte gerade auf den Branden. Das ist ein Sier. Ich bin sehr weit. Also, jetzt bin ich zweiter. Ich bin auch zweiter. Ich bin auch zweiter. Zero. Computer. Alter, wie das sich flog ist, Mann. Ja, ich bin ein bisschen dran. Der hat bis jetzt... Oh, 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 oh. Jesus, Jesus! Get the water now! Get the water! Bist du der Zweite? Ja, eben hinter dir. Sehr schön. Echter Vorsprung. Aber das ist leider noch nicht zu lange. Boah, im letzten Augenblick nimmt man noch die Ausfahrt. Nein. Nein. Ich gehe mal raus rum. Hast du immer wieder da durch? Hörst du mich eigentlich an einer Huppe? Wenn ich Huppe? Ja. Hörst du da? Nein, das könnt ihr sehen. Weil ich selber meine Huppe auch nicht, weil es so tief ist. Es ist mega weislig. Du verdammt den Scheissgerinn. Ich habe mich auch selber gedreht. Voll easy. Du hast kurz gelegt. Oh, von hinten. Er ist Mosier weg. Er hat sich selber ausgeschaltet. Auch easy. Können wir vielleicht noch bis ins Team Wind schatten. Sorry. Spät ausgelegt. Er kommt schon wieder. Hehehe. Ist das der P1? Der schwarz-rot? Der Krebs, ja. Und der Rampo ist nicht. Da geht es um viel Cash am Schluss. Vielleicht macht es vielleicht. Dann checkt der P1 und vielleicht kriegt es, was kommt. Also wenn ich mit... Ah gut, jetzt bin ich betreut. Aber es kommt ein anderer. Ah, ich hasse es, wenn wir so fahren. Ich hasse es auch in der Mitte zu fahren. Wenn wir so Spass, dass ich irgendwo einspure. Hello, it's me. Der kommt Max. Boah! Ah! Oh! Ich weiss gar nicht. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Oh, sorry. Der hätte ich jetzt müssen töten. Ich wusste den. Ich wusste den, nie? Jetzt aber auch weiss. Vielen Dank.